herzlich willkommen du zombie apokalypsen fan da draußen ja wir sind wieder hier in and on und müssen ja time to take over to cherry müssen wir machen oh hey cherry hallo meine liebe auch schliebt ich so sehr wascht es ja die musik dazu oder when's all that I can hear I feel like I'm invisible nobody cares was 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 los ich muss ein Stück zurück nee alter ohne witz sorry aber was ist das alter beste man ich hau mich weg ja hab's mitgekriegt oh man ja super ja ich sing auch den ganzen tag deswegen habe ich nie probleme also das nächste mal wenn ich irgendwie stress oder so mal mit meinem chef haben sollte sage ich einfach can you believe und er sagt hey wow voll gut man du singst so schön und hey wenn man singt hat man keine probleme mehr und dann sage ich yeah my heart takes of you ja see you man sherry's loves yeah your mind of sherry's words and you go and stand with her trailing okay ja schön ja so schnell kann es dann halt auch nicht lesen aber wir können mal gucken ich weiß gar nicht kam jetzt ein patch raus äh basics language settings noo hätte ja sein können das ist vielleicht schon ein bisschen was auf deutsch gemacht haben oh sorry ich sitze hier einfach so rum und chill weil das kann ich am besten oh yeah oh ich muss aufhören zu singen jetzt bin ich durch diesen scheiß weil ich den so hart gefeiert hab man gut gut good morning good morning ja na 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 nein i was horny komm ich nimm es jetzt mal ernst oh geil ja jo fette grill wo stellen wir den hin mein immer edelst direkt an die nachbarn so anstellen ist das soll ja logisch ist es ein holzkohlegrill ich dachte er ist ein gasgrill aber ja gut wo soll die gasflasche herkommen ja edelst man edelst richtig schön direkt den nachbarn so uners fenster gestellt dann schön angezwirbeltes ding dass die nachbarn mit grillen können vom duft her das beste was du machen kannst so blaze sehr gut ja ich will jetzt hier die handschuhe haben wir die jetzt angezogen ne haben wir noch nicht oh ne ich verdrück mich immer aber zeig mal her also ne ich bin der doch ich bin der doch Gut Backpack Ich muss immer noch gucken ob meine Tasten sind Tasche wollte ich jetzt sagen Okay Die ist schlechter Die können wir vielleicht dann noch verkaufen Bestimmt So Hallo Ja Ah Wir müssen erst zu hier wieder Ich habe den Grill gestellt Was willst du denn essen Ist ja okay Hey Es ist Nelson von der Redwood Outpost Wie ist das Safehouse gekommen Ich habe ein paar Lager Du hast ein paar Equipment Du kannst es handvoll finden Okay Ah ich kriege da Nachrichten oder so Momentchen mal Ah ich habe Nachrichten gekriegt glaube ich Open Open Ja mega Okay Na das würde ich nicht anziehen Ich bin zu What Was ist das Ich bin zu Was Ah ich verdrück mich immer Ah man ey Ich muss mir das merken hier Ich will das scheiß Den scheiß Fisch da weg haben Das sieht ja voll kacke aus Mit diesem Fisch hier dran Was soll denn das Die Mütze ist schon cool ne Ich mag ja so Mützen Aber Verarschen Ich will diesen kacke Fisch da weg haben Was soll das Hunger geht auch noch Hunger geht auch noch Äh Hier da warst du grad ne Weg mit dem scheiß So Gut äh Gucken wir mal kurz auf die Map Da haben wir Keine Ahnung Äh Place A workbench Haben wir doch schon gemacht Oder Wir haben da schon A workbench Hier Hier vielleicht workbench Ich dachte ich habe Ah ich habe glaube ich nur eine Crafting Table oder so Construction workbench Okay Ah wir hatten schon eine Ja haben wir halt noch eine Hingestellt Die hauen wir mal hier hin So perfekt mit dem Laptop und so Das Sieht ja super aus Ich kann eine neue Weapon mit diesen Materials Hey jetzt ja Ja ist halt Du meinst das Chess Place Ja Should be He mentored Something about Chess In his diary Oh it's Aston Of course I know him He was an Oldstudent In my school I remember that he was a guy Quite good looking And very gentle Unfortunately What happened next He is still in contact with you Can we talk about something else Na logisch Können wir was anderes babbeln Meine gute Wow So Craft weapons Ja Should be waff Oh Nice Sehr schön So The clock is ticking We need to make ammo for our new weapons And I imagine you can use this Thanks Sherry You've been super helpful Ha the wish someone Yeah New battleground Okay This is Nelson Get your ass back to the Redwood outpost Zombies are attacking I gotta go Yo Ah man Ja obwohl Wir können ja immer Mit dem Moped fahren Äh Ich will die neue Waffe Equip Ja Fürs Item Can I be equipped Warum Skum Aus dem Weg Aus dem Weg Alle Weg Weg Ich höre es doch Ballen Eieieieiei Wow 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 Muss ich mir erst mal Nachladen Hier Klick klick Was Oh ne Ich hab da schon wieder so ein Fischkopf Alter Was soll das Warum hab ich schon wieder ein Fischkopf Oh Kinas ey Meine Herren Das ist ja noch Äh ich bin Ich bin Profi Ich hab Left 4 Dead gespielt Mehrmals durchgespielt Da hinten sind noch Zombies Äh Können die euch auch mal selbst irgendwie Befreien Muss ich da immer kommen Ich hab meinen eigenen Außenposten Mit dem Fischkopf Alter Ohne Witz Ne Oh Das macht mich richtig wütend Mit diesem Kack Fischkopf Ey Ich kann's das Spiel nicht ernst nehmen. Oh. Ey, Kollege. Bip. Ey, mit dem scheiß Fischkopf. Oh, ne Witz, was ist denn hier? Aha. Ja, es ist toll, zu sehen, dass du benutzt, dass du die Leidenschaft hast. Okay. So, jetzt müssen wir, jetzt müssen wir erst noch mal das andere Problem hier. Ey, das ist doch, das ist doch hier zum, zum, zum Coden, ey, ist das. Lass doch einfach mal diesen Scheiß hier aus. Okay, das ist nicht lustig, das ist nicht cool. Oh, Molly. Oh, 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 oh. Aber ich kann's noch nicht anlocken, okay. Ah, hier können wir, hier können wir es also hoch bringen. Nice. Ah, okay, alles klar. Ja, wir gucken uns immer mehr das Spiel langsam an. Weißt du, ich bin, ich bin ja auch nicht so der Schrotflinten-Fan, ne? Äh, hier. Ja, vielleicht, vielleicht so. Oh, ne. Ich verdrück mich immer. No ammo, ja. Äh, hier. Gut. Was machen wir jetzt? Wir, ich wollte noch schnell. Ah, doch, hier. Sehr gut. Die würde ich jetzt mal hochballern, ein bisschen. Sehr schön. Hier, was können wir hier machen? Oh. Ja, brauchen wir. Armor Blade. Naja, wir warten mal ein bisschen. Ich mein, so für am Anfang ist immer ein bisschen, glaube ich, schlecht. So, wenn denn so... Spielen, dann direkt alles raushaust, was du hast. Hallo. Ja. Wir helfen. Eine neue Allianz. Hallo. Okay, guck, kann ich... Bin ich jetzt ehrlich, bin ich jetzt zu faul, mir das alles durchzulesen? Auf a prayer area. Boah, Level 12 schon, ey. Ja, Mann. Nice. Nee, das saved man nicht. Gut. Ja, hallo. Ich komme wieder. Ja, danke. Oh, Pet Merchant. Oh, cool. Uff, uff. Ja, ich will einen Hund. So, was denn jetzt hier mal unsere Mission? Okay, ich habe gerade... Go to the road sign at the entrance road. Hier vielleicht schon. Oh, ja. Ja. Go. Da haben wir mal einen Fast Travel. Huh. Man flackert mal eine Kamera. Was soll das? Kamera, was flackerst du da so? Hallo. Na, ich glaube, das ist das ganze Spiel. Gerade war ich auch nebenbei Ränder und sonst was. Jo, ich habe meinen PC gerade. Ey, Dicker, ey, das ist viel zu viel. Komm mal runter ein bisschen. Weil das lädt auch brutal. So, ich will jetzt hier mal ein bisschen was verkaufen. Da ist schon wieder viel zu viel Dreck hier mit dabei. Hallo. Bye. Kann ich auch verkaufen. Ach, das kann ich da verkaufen. Okay, ja. Äh, das Mantle. Ah, okay. Ja, komm, verkaufen wir das mal alles ein bisschen. Ja, du hast aber nichts Geiles. Was haben wir denn jetzt schon wieder gekriegt? Okay, okay, okay. Oh, hier wäre was hier. Ja, das fetzt ja. Sehr schön. Äh, wir sollen jetzt was machen? Äh, achso. Kain, Nelson hat eine Allianz. Willkommen zurück. Die Ravens werden alles tun, was wir können, um die Redwoods zu helfen. Aber in der Zwischenzeit, ich brauche deine Unterstützung auf eine bestimmte Sache. Oh, 13. Jo, mach mal das auch. Nelson? 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 Oh, äh, Jason? Hä, der ist doch Nelson, oder? Wir sollten noch... In dieser gefährlichen Welt gibt es Sicherheit und Nummern, also es ist eine gute Idee, ein Camp zu sein. Ich will mit einem deutschen Camp. Da war doch gerade hier in der Map, war doch hier was, ne? Hier, Shadow Hunt. Ah, da. Sehr gut. Spielt, wie ihr wollt, es gibt keine Pflichten, schreibt dem Leader, wenn ihr Hilfe benötigen wird. Viel Spaß und danke für eure Unterstützung. Ja, hi, grüßt euch, wir sind in einem... Ja. Ja, brauche ich jetzt nicht. Ja, lass mich doch raus, Alter. Hey, Leute. So, hey, Leute. Warum haben wir hier in uns gebracht? Gut. Jo, ha, das ist immer mal verdrückt sich hier und da ist alles offen. Machen wir dann. Machen wir dann. Gut. Alles klar. Oh, dumm, wir müssen hier raus. So. Äh, ja, wir müssen jetzt hier ganz weit weg. Dann gehen wir da noch schnell hin. Fast Travel, ja, so langsam. Gehen wir mal da hin. Und dann hätte ich gesagt, ja. Äh, ja, fahren wir dann in der nächsten Folge da runter, ne. Aber ich würde sagen, so, ja, 25 Minuten, 26 Minuten, was die Folge jetzt schon hat. Ist okay, ist okay, ne. Oder würde ich sagen, ja. Müssen wir hier noch 200 Meter gehen. Und das machen wir natürlich in der nächsten Folge. Bis dann. Macht's gut. Und das kommt dem Van-Pen-Pen-Pen-Pen-Pen-Pen-Pen-Pen-Pen-Pen-Pen-Pen-Pen-Pen-Pen-Pen. Wie geht's gut. Und du hast das alleine hier.